Hallöchen, ihr war Nausen da draußen und dabei ein herzliches Willkommen zu einer Runde Resonant Rise. So, ähm, ja, weiter geht's. Ähm, ja, ein paar Kommentare hab ich bekommen wieder, wie immer. Ähm, dass zum Beispiel ich viel mehr Platz brauche für Witchery, weiß ich. Ähm, ich weiß, dass das kleinste Ritual zum Beispiel 15x15 ist. Äh, das größte. 15x15 ist natürlich, passt natürlich hier überhaupt nicht hin, das ist klar. Ich werd auch nach hinten hin noch ein bisschen ausbauen hier. Also hier lang. Werd ich dann hier irgendwo, hier werd ich irgendwo den Altar dann hinbauen. Ähm, ansonsten... Sollte ich vielleicht mal nachgucken. Ich hatte noch ein paar Kommentare bekommen. Deswegen, da gucken wir einfach mal eben auf die Schnelle. Geht ja, ne? Geht ja fix. Dann guck ich mal kurz die Kommentare durch und geh mal ein bisschen drauf ein. So haben wir mal in der Folge ein bisschen Kommentare. Könnt ihr natürlich immer wieder machen, das wisst ihr. Kommentare unter den Videos schreiben. Dann geh ich auch mal drauf ein. Kratzwurst hat zum Beispiel geschrieben, ist zwar schon jetzt, war länger, wo ich darüber gesprochen hab. Wo ich nach dem Film gefragt hab, wo dieser Spruch vorkommt. Kaufe smart, kauf im Essmarkt. Ähm, er wusste natürlich, er hat's jetzt geschrieben, Tanz der Teufel 3. Ist er natürlich eigentlich nicht. Denn normalerweise heißt der Film Armee der Finsternis. Aber ja, Tanz der Teufel 3 ist es im Prinzip. Ist richtig. Es ist der dritte Teil der Evil Dead Reihe gewesen. Heißt aber in Deutschland Armee der Finsternis und nicht Evil Dead 3. Aber, ein sehr schöner Film. Ein sehr lustiger Film. Jeder, der ihn nicht kennt, sollte ihn mal angucken. Es hat eigentlich mit Tanz der Teufel nicht mehr wirklich viel mit zu tun. Außer auf die Hauptperson. Aber, sehr lustiger Film. Also kann ich nur jedem mal am Herz legen, der auch gepflegt mal lachen möchte. Weil, da kommen richtig geile Sprüche drin vor. Sollte es sich mal angucken, auf jeden Fall. So, äh, mit den Karunterblöcken. Der, der, äh, einige Kommentare bekommen, dass es ja einen Hammer gibt für Karunter. Ja. Den hab ich hier. Ich weiß nicht, warum manche, äh, ich weiß nicht, warum das geschrieben wurde, dass ich den Hammer benutzen soll. Ich hab ihn. Ich weiß, dass man mit dem Hammer bei Karunterblöcken natürlich, ähm, die Form ändern kann. Das weiß ich. Das kann ich auch gerne mal zeigen. Ähm. Deswegen sag ich ja, ich, ich hab ihn. Also ich hab den, den Hammer. Den hatte ich sogar, glaub ich, benutzt. In einer Folge. Ich weiß nicht, ob der die letzte Folge jetzt unbedingt war. Aber ich hab ihn benutzt. Ja, ich weiß, man kann die Dinger hier auch verändern. Nicht von der Form, aber hier von, von der Ausrichtung her. Also. Ich weiß es. Aber. Gut. Ist ja auch egal. Ich hab den Hammer auf jeden Fall. Also hat sich der Kommentar eigentlich auch erledigt. Hab ich mehrere Male, mehrere Male gekriegt. Ähm. Ach, Cerberus. Ja. Wir müssen mal wieder irgendwas zusammen machen. Ja. Können wir gerne mal tun. Klar. Hatten wir ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass wir vielleicht ein 1-10er-Pack mal zusammen machen. Wenn die stable sind, also wenn die aus der Beta raus sind. Mal schauen. Auf jeden Fall werden wir auf jeden Fall mal wieder was zusammen machen. Gehe ich mal stark voraus. Hat auf jeden Fall immer Spaß gemacht. Deswegen, da werden wir auf jeden Fall mal wieder was machen. Ähm. Mit dem Wasser, dass da ein Bug auftreten kann. Hier mit dem Cauldron. Das hab ich auch mal mitgekriegt. Ähm. Ähm. Ja. Mal gucken. Ob ich den Bug auch kriege. Und ich brauch viel Platz für Vichu. Ja, weiß ich. Ähm. Das ist korrekt. Ähm. Ja. Bis zum Ende kommen bei Vichery. Jein. Eigentlich wollte ich nur mal zeigen. Ähm. Ich will eigentlich nicht unbedingt Vichery bis zum Ende machen. Weil ich davon nicht so wirklich viel Ahnung habe. Ähm. Für mich geht's hier bei Vichery, dass ich jetzt gerade Vichery mache. Das geht eigentlich mir eher so darum, die Anfänge von Vichery zu machen. Also, den Altar zum Beispiel. Wie man hier Spanish Moss kriegt. Wie man überhaupt die ganzen Sachen kriegt. Die ganzen Saplings und so. Haben wir alles schon gemacht mit Mutandes und so weiter. Wir haben die erste Puppe gemacht. Das heißt, im Prinzip haben wir ja schon einen gewissen Anfang fertig. Wir haben hier mit dem Ding zum Beispiel schon gebraut. Also Mutandes gemacht. Ähm. Darum geht's mir eigentlich. Den Anfang von Vichery zu machen. Es gibt Leute, die haben viel mehr Ahnung von Vichery. Was mit dem Mod ist richtig viel möglich. Das weiß ich. Habe ich schon. Ich habe hier schon bei vielen Sachen reingelesen. Wird aber hier nicht kommen. Weil ich brauche nicht fliegen können. Fliegen kann ich mit der Rüstung zum Beispiel. Ähm. Ich will nicht unbedingt Wolf werden. Oder whatever werden. Ähm. Das wäre eher was für wirklich Mods, die rein mit Magie zu tun haben. So was wie Hexit oder... Äh. Brrr. Ich weiß jetzt nicht was für Mods. Es gibt genug Mod-Packs, die eigentlich nur was mit Magie zu tun haben. Ähm. Deswegen. Für mich ist... Mache ich Vichery jetzt eigentlich auch... Erstmal natürlich... Das Projekt soll nicht zu Ende sein. Also. Weil theoretisch... Ich habe ja schon mal gesagt. Theoretisch habe ich meine Ziele von Resonant Device erreicht. Ich habe einen Fusionsreaktor gebaut. Ich habe eine Induction Matrix gebaut. Das war mein Ziel. Und die Erzfaffung-Fachung. Das waren meine Ziele für Resonant Device. Weil ich bin, wie ihr wisst, ein Technik-Mensch bei Minecraft. Das heißt, dieses hatte ich mir als Ziel gesetzt. Dass ich einen laufenden Fusionsreaktor habe. Einen Induction Matrix habe. Und eine laufende Erzverfünffachung habe. Dieses hatte ich schon längst erreicht. Ich weiß gar nicht, welche Folge das war, wo wir den Fusionsreaktor dann im Prinzip in Betrieb genommen haben. Und der durchgehend gelaufen ist. Seitdem. Im Prinzip wäre dann sonst das Mod-Pick Ende gewesen. Tatsächlich. Ich war die ganze Zeit echt am überlegen. Was machst du, um noch ein bisschen weiter zu kommen. Ich hatte mir dann überlegt, zum Beispiel Victory anzufangen. Den Laser, die Laser-Drills zu bauen. So, das sind alles Sachen, die dauern dann ein paar Folgen. Und es gibt dann, umso mehr Folgen kommen dann wieder. Also, so, Victory zum Beispiel. Wie gesagt, da wollte ich jetzt unbedingt mal die Anfänge machen. Weil ich habe Victory an sich noch nie wirklich benutzt. Und ich wollte unbedingt mal schauen, wie man in Victory anfängt. So. Soviel zu dem Thema. Also, ich kann jetzt schon sagen, das wäre so ein Drice so... Ich habe jetzt geplant, so ungefähr, dass ich 200 Folgen ungefähr habe. Also, dass wir bei 200 Folgen ungefähr sind. Weil, im Prinzip, wir haben hier, ich habe ja letztes Mal schon mal hier die Mods durchgeguckt. Weil im Endeffekt haben wir dann relativ viel gemacht. Ich könnte natürlich noch Ancient Warfare zum Beispiel machen. Wo wir eine eigene Stadt bauen könnten. Da weiß ich aber auch absolut gar nicht, wie das funktioniert. Sonst haben wir eigentlich relativ viel schon gemacht. Our Cascade kenne ich mich auch überhaupt gar nicht mit aus. Zum Beispiel... Ja gut, Buildcraft benutzt man immer mal zwischendurch. Das haben wir ja schon oft genug gesehen. Buildcraft Robotics kenne ich auch überhaupt gar nicht. Der soll auch, glaube ich, ziemlich übel sein, wenn ich mich recht erinnere, mit den Robotern. Also, was ich mal da so gelesen habe. Bibliocraft gibt es noch. Da kann man Bücher kopieren und sowas. Ähm. Dann hätten wir noch Big Reactors. Haben wir stehen. Ohne Probleme. Hier ist noch natürlich Blood Magic drauf. Obwohl. Nur der Alchemical Wizard. Ist ja nicht der normale Blood Magic drauf. Krass. Okay. Ähm. Botania. Nein. Habe ich oft genug schon in Mod Packs gemacht. Botania. Ja. Buildcraft, klar. Nochmal Buildcraft Editions. Das ist hier, glaube ich... Ah, das sind extra Maschinen. Genau. Ach, das sind die, das sind die Teile. Das ist ja die Duster und so. Ja. Dann haben wir noch den Calculator Mod. Den haben wir uns angeguckt. Mit dem Greenhouse zum Beispiel. Kamen, das kennt auch jeder. Chisel, Compact Machines. Das sind die, das sind die, ähm... Ja, da sind diese, diese... Ja, wie nennt man sowas? Ähm. Da kann man sie reinporten und sowas. Sowas in, sowas in der Art. Compactor, Compact Storage, ja. Ja, Computercraft kenne ich mich auch nicht, überhaupt nicht mit aus. Genauso wie das Computercraft mit den Programmschreiben. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Da bin ich leider überhaupt nicht Confirm drin. Dekocraft, ja, Dekoration. Dimensional Anchor. Dekordic Evolution haben wir einen Teil gemacht. Wir haben Spawner davon gebaut, zum Beispiel. Ähm. Das Schwert zum Beispiel nutzt. Den, den Grinder. Aber Draconic ist aber auch so ein Mod. Den gibt's auch schon zuhauf. Also, muss ich ehrlich sagen. Deswegen, den werde ich auch nicht weiter ausführen. Also mit dem, mit der Kugel und so weiter. Den gibt's echt zuhauf. Ender, jo, ist klar. Ender Storage. Ähm. Die Portale könnte man theoretisch auch noch bauen. Also so ein Portal bauen. Ähm. Ja. Könnte man. Ist aber einfacher mit dem, einfacher mit dem Charm zum Beispiel. Diesen Charm of Dislocation. Ist viel einfacher, so ein blödes Portal zu bauen. Obwohl natürlich so ein Portal cooler aussieht. Extra Cells benutzt man immer auch zwischendurch. Das ist halt hier mit den Fluid-Dingern und so. Extra Utilities, klar. Die ganzen Enden hier. Hier QED. Zum Beispiel. Forbidden Magic. Ja. Da sind die Tainted Soils. Äh. Soils und sowas. Ja. Nehme ich auch. Forestry. Auch ein Mod, den man kennt. Den hab ich auch schon oft genug gemacht. Forestry. Garnis, ja. Surface, Nether und so weiter. Da sind eigentlich nur Blöcke und sowas. Und hier ein paar Hopper. Das Filter-Hopper und sowas. Äh. Hier Garncontainer. Da kann man hier schön. Oh. Schön. Egal. Es gibt auf jeden Fall. Hier sind auf jeden Fall viele Mods drauf. Das ist klar. Aber Garncontainer. Da sitzt hier. Wie heißen die Dinger denn jetzt nochmal? Blumenkübel. Genau. Garncore. Haben wir natürlich auch was mitgemacht. Hier Garnsoil zum Beispiel. Komposter. Garnstuff. Da sind hier Ketten und so weiter. Ja. Garntrees. Keine Ahnung. Was das ist. Swarm Sapling. Pine. Aha. Okay. G-Industry. Kennt man halt bei Infinity tatsächlich benutzt. Für. Für die Bienen. Growth Craft haben wir auch schon gemacht. Tatsächlich. Ebenfalls ein bisschen. Dann haben wir noch Headcrumbs. Braucht keiner. Iguana. Tinkerscree. In Mercy Village und Engineering haben wir tatsächlich da hinten einen Dieselgenerator mit aufgebaut. Gibt natürlich noch einige Sachen bei Immersive Engineering, die richtig gut und cool sind. Aber wie gesagt, den Excavator will ich auf jeden Fall noch zeigen. Das habe ich ja gesagt, habe ich auch versprochen, den werden wir auch noch sehen. Magic Bees, Bienen, klar. Magical Corps, logisch, auch gemacht. Mechanism, auch ganz viel mitgemacht. Mind Factory, klar, die üblichen Sachen, die es so gibt. Pam Service Craft, klar, da könnte man theoretisch schon noch hier die ganzen Ofen und Essen und so was alles machen. Aber gibt es auch schon oft genug gesehen, gerade in HQ-Impex. Dann Pressure Pipes gibt es natürlich auch noch. Dann gibt es natürlich Panamatic Craft. Panamatic Craft habe ich aber auch bei Infinity schon gemacht. Möchte ich jetzt auch nicht unbedingt nochmal machen, weil Panamatic Craft im Prinzip ein Mod ist. Ah, den braucht man eigentlich nicht unbedingt. Also da gibt es jetzt nicht so weltbewegende Klamotten. Schade, dass hier Flexbeards nicht drauf ist. Flexbeards Steam-Dingenskirchen hier. Da hätte ich gerne mal was mitgemacht. Aber der ist leider hier nicht drauf. Deswegen schade eigentlich. Projekt Red haben wir tatsächlich auch gemacht. Der hier zum Beispiel hat Lagersystem. Ganz am Anfang. Ziemlich am Anfang habe ich es mal gebaut. Was ja dann im Endeffekt leider auch nicht vernünftig ging, weil man da kein Auto-Craft machen konnte. Großartig. Oder nicht sehr gut. Es war zwar möglich, aber es war halt ziemlich umständlich. Ansonsten haben wir eigentlich... Was ist das? Structure Generator. Okay. Kann man auch nicht bauen. Alles klar. F-Tools haben wir viel mitgemacht. Router Reborn. Habe ich keine Ahnung von tatsächlich. Das ist, glaube ich, auch so ein... So ein Lagersystem. Wo ich aber tatsächlich keine Ahnung von habe. Solar. Ja. Ja. Steve's Cards. Ist im Prinzip auch nur eine Farm in dem Sinne. Factory Manager. Genau. Workshop. Super Crafting. Technomancy. Soundcraft. Nein, danke. Habe ich definitiv keine Lust drauf. Server Dynamics. Ja. Server Expansion und so weiter. Die üblichen Mods. Und dann gab es noch Tubes. Tubes. Weiß ich aber nicht, wofür das ist. Ritchery. Klar sind wir gerade dran. Und das war es im Prinzip schon. Also im Endeffekt gibt es hier nicht mehr wirklich viele Mods. Die man machen könnte. Und. Deswegen wird das Projekt auch irgendwann leider zu Ende sein. Das ist so. Man kann natürlich immer mehr ausbauen. Ich könnte ja eine riesen Stadt drin bauen, wenn ich Bock hätte. Klar. Warum sollte man das nicht können? Aber im Endeffekt. Baut man ja das, was man benötigt. Auf. Und man. Optimiert das. Man baut das weiter. Man baut das weiter. Man baut das weiter. Man baut immer mehr. Zum Beispiel. Wie gesagt. Ich habe ja mit der R2. Zweifachung angefangen. Dann mit der Verdreifachung. Dann hatte ich irgendwann die V5-Fachung gebaut. Dann ging es dann irgendwann Richtung Reaktor. Und dann erstmal die Induction Matrix noch gebaut. Und dann den Reaktor irgendwann in Gang gesetzt. Plus die ganzen Türme und so weiter gebaut. Um das Fuel dafür zu kriegen. Wir haben hier ein riesen Lagerhaus gebaut. Mit den ganzen Deep Storage Units. Und so weiter und so fort. Deswegen das ist alles im grünen Bereich. So. Was haben wir noch für... Kommentar gekriegt. Genau. Mit dem Greenhouse. Das Greenhouse ist tatsächlich nur für Pflanzen. Habe ich auch nachgelesen. Da kann man tatsächlich nur Sachen anpflanzen, die nur ein Teil produzieren. Das sind zum Beispiel Kartoffeln und Karotten. Karotten und Kartoffeln. Wenn man die anpflanzt. Wenn man die aberntet. Machen die... Kommen daraus tatsächlich nur Karotten oder Kartoffeln. Keine Seeds. Wie es bei Weizen ist. Deswegen geht Weizen nicht. Weil da ein Seed und Weizen rauskommt. Und damit hat das Ding noch Probleme. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal behoben wird. Auf jeden Fall funktioniert das nicht. Ansonsten ein cooles Ding. Finde ich sehr geil. Dieses Greenhouse. Also wenn man Kartoffeln, Karotten oder irgendwelche anderen Sachen hat. Wo wirklich nur ein Teil rauskommt. Ich weiß gar nicht, ob es noch mehr gibt. Ist doch eine coole Sache. Muss ich sagen. Die Greenhouses. Muss aber ist natürlich dann ein bisschen schade. Weil ich habe eigentlich gedacht, das geht ein bisschen mehr. Nächster Kommentar. Ob ich die Welt zum Download stellen könnte. Ja, das könnte ich tatsächlich. Es kommt wahrscheinlich, wenn ich dieses Projekt beendet habe. Werde ich wahrscheinlich ein Infovideo. Oder ich werde in der letzten Folge von Resonant Device einen Link in die Videobeschreibung reinpacken. Wo ihr diese Welt runterladen könnt, wenn ihr möchtet. Wie gesagt, wenn ihr möchtet. Ihr könnt ja gerne in meine Kommentare schreiben, ob ihr das möchtet. Aber auf jeden Fall werde ich es wahrscheinlich tun. Ihr müsst immer bedenken, die Welt ist ziemlich groß von Minecraft. Deswegen werde ich das erst mal in der letzten Folge machen. Also, ansonsten... Was haben wir sonst noch hier? Ja, es wird ein Werbungskommentar, wie immer. Der Dragul schreibt, dass ich doch auch schön bauen kann, wenn ich will. Ja, kann ich, tatsächlich. Ansonsten... Ich soll mir mal die Pickaxe auf Wildbahn machen. Nein, werde ich nicht. Weil die brauche ich eigentlich nicht. Warum ich mir kein Sleeping-Bed mache. Hat auch ein... Ja, könnte ich theoretisch, klar. Aber ich kann auch mal kurz da hinfliegen. Habe ich keinen Stress mit. Ja, ansonsten... Ansonsten... War es das eigentlich mit den Kommentaren, tatsächlich? Also, so viele waren es gar nicht. Ich habe eigentlich mit mehr gerechnet. Aber viele schreiben ein cooles Video und so, ist klar. Ist auch okay. Ist auch alles gut. Wie gesagt, für Tipps bin ich immer offen. Ihr könnt gerne mal überlegen, was ich noch machen könnte. Jetzt mal abgesehen von gewissen Sachen optimieren oder so. Ja, bau doch mal da noch ein Haus hin oder sonst irgendwas. Wie gesagt, Witchery habe ich erklärt. Da möchte ich nicht jetzt in die super tiefe Materie von Witchery eingehen. Ich will nur eigentlich den Anfang machen. Um dort selbst mal ein bisschen mit klar zu kommen. Wie gesagt, weil ich Witchery an sich noch nie benutzt habe oder gemacht habe. Ansonsten, wie gesagt, ich werde den Excavator noch zeigen von Immersive Engineering. Da werden wir natürlich auch noch diesen Ohrfinder oder wie auch immer das Ding da heißt noch benutzen. Den müssen wir benutzen. Und so weiter und so fort. Weil ansonsten, wie gesagt, wir sind jetzt bei Folge, ich glaube 176, wenn ich mich jetzt erinnere. Da kann ich aber auch mal kurz nachgucken. Das müsste die 176. Folge sein. Ne, 177 sogar. Wie gesagt, ich habe ungefähr 200 Folgen geplant. Das können auch mehr oder weniger sein. Ähm, deswegen werde ich diese Folge jetzt einzeln aufnehmen. Die kommt heute am Sonntag. Ja, doch, heute ist Sonntag. Ich habe die jetzt am Samstag aufgenommen. Also frisch. Ähm, ich warte jetzt mal ab. Was für Kommentare soll da runterkommen? Wenn Kommentare kommen natürlich. Und ich werde Sonntag nach dieser Folge es wieder neu aufnehmen. Das heißt, ich werde definitiv die Kommentare mal abwarten. Mal schauen, was so geschrieben wird. Ähm, ich werde Witchery natürlich noch weitermachen. Da kommt noch das mit den Zirkeln. Ähm, ähm, Brauen und Infusion zum Beispiel. Necromance, die wird noch kommen. Also es kommen noch ein paar Folgen, Witchery. Da braucht ihr keine Angst haben. Also ich werde jetzt nicht die nächste Folge des Projekts beenden. Also, also so ein paar Folgen kommen definitiv noch. Wie gesagt, der Excavator kommt auch noch. Und ja. Also das ist so mein Plan noch für die nächste Zeit. Ihr könnt, wie gesagt, ihr könnt gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob euch noch irgendwas auf die Seele brennt, was ich unbedingt zeigen müsste, machen müsste. Was auch immer. Weil, wie gesagt. Aber fangt nicht mit Soundcraft an oder so. Weil das werde ich definitiv nicht machen. Botania Soundcraft. Nein. Punkt. Ansonsten, wie gesagt, freut euch auf die nächsten Folgen. Dann, die ich noch Witchery mache. Wo ich dann noch den Excavator mache. Und was dazu gehört. Ähm. Und dann werden wir weitersehen. Tatsächlich. Und dann wird definitiv Version Drice auch irgendwann ein Ende finden. So leid es mir immer tut. Aber ich muss immer sagen, 200 Folgen in einem Modpack sind eigentlich auch sogar relativ gut. Das ist sogar relativ viel. Weil man mal sagen muss, so ein Modpack ist auch nach einer Zeit, wenn man tatsächlich soweit alles hat und ausgeschöpft hat. Wir haben ja im Prinzip alles. Wir haben alles mögliche an Rohstoffen, was wir haben, was wir brauchen. Wir haben im Prinzip alles. Wir haben davon viel. Wenn man überlegt, wir haben 600.000 Westsornen, 600.000 Eisen. Das ist jetzt eine Menge. Also das ist jetzt nicht wenig. Ähm. Deswegen ist das eher weniger das Problem. Und wenn ich überlege, Eisen, das haben wir tatsächlich, das ist tatsächlich durch Queries an Land gekommen. Weil ich habe kein, ähm, Eisen im Umbau gemacht, äh, benutzt. Also mit den, mit den, äh, Magical Crops. Wir haben zwar Eisen-Essenz, aber die habe ich nicht benutzt. Deswegen, das ist schon der Hammer eigentlich. Genauso wie Gold. Gold haben wir 80.000 fast jetzt. Ja, also da kann man auf jeden Fall sagen, das läuft. Und wie gesagt, 200 Folgen für ein Modpack ist eigentlich nur relativ viel. Weil irgendwann ist tatsächlich, irgendwann ist auch mal Schicht. Also man hat, irgendwann hat man sich auch satt gesehen an einem Modpack. Obwohl ich ja sagen muss, bei mir im Kanal läuft. Ereson und Dries relativ gut, muss ich sagen. Aber wir werden natürlich irgendwann auch ein anderes Bar spielen wieder. Ich habe auch vor, mal wieder ein HQM-Pack zu spielen. Als Singleplayer-Version, wie ich mit Be Happy und so gemacht habe. Deswegen, da bin ich auch noch momentan auf der Suche. Aber bis jetzt habe ich noch keins gefunden, was mich so wirklich unturnt gerade. Was ich so spielen könnte, würde, whatever. Aber da wird auch noch was kommen. HQM-Pack wird definitiv wieder bei mir auf den Kanal kommen. Als Singleplayer. Momentan ist ja eins am Laufen als Projekt Ozone 2 mit dem Schwabenboi zusammen. Und ich werde definitiv eins mal wieder als Singleplayer spielen. Wie gesagt, wie Be Happy. Auch Revolution war eins. Aber Revolution war halt, da war bei mir halt echt die Luft raus. Oder die Lust hat gefehlt, das Bot-Pack weiterzuspielen. Das hatte ich auch dann erwähnt in der letzten Folge. Ansonsten, wie gesagt, da muss ich mal schauen, was momentan, wie gesagt, ich habe mir ein paar schon angeguckt. Aber die sind so nicht meins gerade. Aber da werde ich definitiv noch eins finden. Was ich dann auch mal wieder aufnehmen würde alleine. Und ja, mal schauen. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich werde jetzt die Folge, ich werde jetzt bei der Folge belassen. Ich werde die Kommentare abwarten. Ich werde die vielleicht auch ein bisschen früher raushauen, die Folge hier. Damit ihr auch die Chance habt zu kommentieren. Weil ich Sonntagabend wahrscheinlich wieder aufnehmen werde, muss, wieder aufnehmen werden. Dass ich Sonntagabend wahrscheinlich aufnehmen muss, sowieso. Damit ich genug Folgen wieder habe. Ich muss dann natürlich wieder vorproduzieren für die Woche, wegen der Arbeit. Hier habe ich ja auch schon mal erzählt, dass ich meistens eine Aufnahmesession dann starte, wo ich sieben, acht Folgen am Stück aufnehme. Weil ich halt dann besser planen kann mit der Arbeit. Ich versuche dann eigentlich bei jedem Projekt momentan so vorzuproduzieren, dass ich, während ich die Woche überarbeiten muss, nicht in die Bredouille komme, wenn ich dann wirklich total kaputt nach Hause komme, dass ich dann unbedingt aufnehmen muss. Dass ich mich auch dann mal auf die Couch legen kann und nichts tun kann. Darum geht es mir eigentlich. Aber leider funktioniert das nicht immer. Wie ihr jetzt auch die Woche gesehen habt, denke ich mal. So zum Ende der Woche wurde das dann tatsächlich auch weniger mit den Videos. Erst waren es vier, dann waren es auf einmal nur noch drei und dann waren es auch nur noch zwei zum Beispiel. Und das ist dann immer dadurch verschuldet, wenn ich das nicht schaffe, komplett vorzuproduzieren. Dieses Wochenende ist natürlich was anderes, weil ein Feiertag noch ansteht am Montag. Das heißt, ich habe jetzt noch Sonntag und Montag zum Aufnehmen theoretisch. Und da wird es wahrscheinlich ein bisschen besser laufen. Aber nichts alledem, trotz alledem warte ich jetzt auf eure Kommentare. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like, da lasst ein Abo, da lasst ein Kommentar. Oder ansonsten einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde. Wer so nennt, weiß. Tschüssingen.